Mein Name ist Siegfried Müller. Ich habe eine Heizung entwickelt, bei der wird die Luft aus dem Abwasserkanal abgesaugt, durch eine Wärmepumpe geführt und mit der damit gewonnen Energie heize ich ganzjährig mein Haus, so wie es jeder, der an einem Abwasserkanal angeschlossen ist, auch machen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017